Bewege dich auf das Feld deines Gegners, um gegen ihn zu kämpfen. Kämpfe gewähre eine Erfahrung, was dich stärker macht. Und deine Verbindungsstufe erhöht. Diese bestimmt die Fähigkeiten deiner verbundenen Freunde. Auf höheren Verbindungsstufen können Son Goku und seine Freunde mehr Kraft und Fressen also kämpfe weiter und werde stärker. Natürlich wollen wir den Kampf beginnen. Sankoku Super Saiyajin, wo ist Sankoku Klo? Hi Katze. Nein Katze, nicht auf den Tisch. Nicht auf den Tisch. So, Kuss mal abgewehrt. Müsst du nur gleich währenddessen aufpassen, dass die Katze so macht. Nein Bubi, schließt mich gerade den Weg. Ja gut. Das war ein Tutorial. Wie geht das Tutorial eigentlich noch? Okay. Super Krieger Story Kapitel 3 Son Goku lebt, schnell, rette Krillin! Willkommen zurück. Gegen jemand anderen mit Son Goku's Gesicht zu kämpfen hat dich bestimmt überrascht. Ich glaube ich lasse es mit dem Kommentieren, die japanische Stimme ist halt schon sehr, sehr geil. Besser als das, was ich nachmachen könnte und ich glaube lesen kann jeder von euch. Okay. Ja, ich glaube, es gibt auch von Sohn-König, aber auch von Sohn-König. Ich habe das Gefühl, dass es ein Gehirn ist. Ich habe das Gehirn geöffnet, damit ich das Flugzeug habe. Ich habe das Gefühl, dass Sohn-König von Sohn-König geöffnet wird. Wieso habe ich das Gefühl, das wird komplett daneben gehen? Ich habe das Gefühl, das ist schnell zu kommen. Aber es ist nicht so, dass ich mich sehr schwer habe. Heerlich Ja, ich habe nicht mehr Kraft. In dieser Situation, ich kann es nicht mehr verletzen. Mua? Ich habe keine Angst, dass DRAGON BALL ist, nicht wahr? Ah, genau. Ich habe es vergessen. Ah, ich habe es vergessen. Sohn-Kun ist es. Wer ist in der Körper der Sonne? Ich habe es erzählt. Ich habe es erzählt. Ich habe es erzählt. Ich habe es nicht lange, aber... Ich habe es nicht gesehen. Das ist Kligin. Ich werde es schnell helfen. Na dann, retten wir die Glatze. Dies ist ein Charakter Rettungsfeld, besiege den Gegner auf diesem Feld um einen Freund zu retten. Damit dieser dir im Kampf helfen kann, du kannst mit bis zu 3 Kämpfern in einen Kampf ziehen. Dies ist ein Kampf Tutorial Feld, hier kannst du Kampf Tutorials abschließen und die Grundlagen des Kampfes erlernen. Siege alle Gegner auf der Karte um meine Fertigkeiten würde einen Ko-O Bonus erhalten, du kannst wirst du 3 Fertigkeiten gleichzeitig ausrüsten, die dein ganzes Team verstärken. Die K.O. Boni erhöhen die Menge, Erfahrung, Seni oder Gesundheit, die du nach dem Sieg über einen Gegner erhältst. Die Fertigkeiten im K.O. Boni können unter Team bearbeitenden Spielfertigkeiten geändert werden. Wie kenne ich denn? Wiii. Kampf Tutorial. Son Goku, Super Saiyajin vs. Yamchou Klon. Ah, Yamchou war immer schon so ein Lappen. Das Ding gegangen. So, ich muss ja wieder das machen, was die mir sagen. Ah! Ja, hat er wohl nicht genug Leben gehabt. So, wo geht man jetzt denn? Ich habe noch 19 Züge, das heißt... 1, 2, 3, 4, das ist ja 100 Jahre. Kann ich sie alle platt machen? Sankoku Super Saiyajin vs. Tenjin Han Kno! Katze, nein! ich kann greifen mich an greif doch an was soll denn das geht doch geht doch jetzt geht es rund was durchbricht die abwehr mit einem drachen springen in der luft siege den gegner ich will noch ein bisschen rumprobieren so so dann mal ein nächstes, was nix, ah halt, der ist oben, yeah, wow, jetzt kämpfen wir gegen zwei hier gleich, eben hart auf die fresse. Ah, den Kammer haben wir ja gefinished. Oh yeah! Baaah! Easy peasy lemon squeezy So Ah, dann holen wir uns doch mal Piccolo This should be a great fight I cancel nothing Stop! Ok Bäm bäm bäm, bäm 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 Guck mal, jetzt ist das also klatsch Oh Ja, easy so dann haben wir jetzt nur noch eins das war Krillin oder falsche Krillin ich habe jetzt ein bisschen Plastik ach so so jetzt Jetzt. Ach das ist doch der normale Krilin. Dann wurde der normale Krilin von Klon Krilin vernichtet. Oh nein. Was? Krilin kann man ja mehr. Ah, das ist gut. Nein. Super Seilchen 3. Komm schon. Nein, die trifft nicht doch. Wollte gerade sagen. Aber es kam ja mehr als so mächtig. Das trifft immer. Das trifft nicht doch mal. Ehehehe Ja 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 Ja, ich habe jetzt vieles zu tun, was ich jetzt passiert. Das ist das, was ich. Ja. Was ist das, was ich? Ich bin so froh, aber ich bin so froh. Ich bin so froh, aber ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich will euch allen helfen. Ich will die 16.1. Ich will auch mit uns mit einem Wernschirm. Ich will auch mit einem anderen Wernschirm. Wie, Goku? Nih, Goku! Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich habe es nicht vergessen, aber ich habe es nicht vergessen, aber ich habe es nur einen, den ich auch nicht. Was ist das, was ich nicht? Ich denke, es ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, dass die Menschen in der Sonne sind. Ich weiß, was ich gerade noch nicht. Aber ich weiß, dass du, Son-Kun, Kuri-Lin zu移動? Was ist das? Was ist der Guggen in die Hügel? Was ist das? Ich bin der Guggen. Was ist das? Ich habe mich mit dir, um dich zu versuchen. Ich bin der Guggen. Okay, und du bist der Linken, in den Kulirin. Geh in den Kulirin. Oh? Ich habe mich nicht verloren. Oh, ich weiß nicht, was ich! Ich habe es geschafft! Ich habe mich verändert, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich kann mich alle zusammenarbeiten. Ich kann es nicht mehr so sein. Na, dann, wenn ich Kuri-Lin war, dann kann ich nichts mehr tun? Ein Mann kann man einen Link. Natürlich. Aber es wird mehr ein Bezug. Sön-Kun hat sich nicht mehr an die Sön-Kun. 確かに 自分で戦ってたわけじゃねーし 自分で戦えるようになるまで 精神修行っちゅうやつを知りにしな あったらしい考え方だわ とにかくそういう事だから 3人ともこれからもよろしくね 自分で戦えるようになるまで 4人ともこの戦えるようになるまで